Dieser Ford Rhein-Germit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der orangefarbene SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und vieles mehr. Der Diesel hat eine satte Leistung von 200 PS und wird über ein 6-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis оф Bis zum nächsten Mal.